So meine Freunde, ich bin's mal wieder und heute gibt es endlich die Auflösung zum Gewinnspiel des Alola-Wettbewerbs, in dem Zuschauer ihre eigene Alola-Formen zeichnen konnten und die dann hier eingesendet haben. Ich wollte davor noch ein paar kleine Sachen anmerken. Und zwar haben wir ja heute beispielsweise nicht nur zwei Gewinner, wie es ursprünglich angekündigt war, weil die liebe Melanie, die war so nett und hat noch den dritten Platz dann was draufgelegt. Und zwar Pokémon Super Mystery Dungeon ist ja auch was Feines. Und ja, da wollte ich mich dann sehr schnell natürlich erstmal bei ihr bedanken, auch dafür, dass ihr erst dieses Gewinnspiel überhaupt ermöglicht habt. Und ich möchte mich auch bei jedem einzelnen von euch bedanken, der hier teilgenommen hat, weil es ist wirklich ein fantastischer Wettbewerb geworden. Ihr werdet gleich die Bilder sehen, die mir eingeschickt worden sind. Ich muss dazu sagen, dass ich bei der Deadline zum Beispiel knallhart war. Bilder, die danach eingereicht worden sind, die kann ich dann natürlich für die Auswertung nicht gelten lassen. Aber die werden hier trotzdem in dem Video natürlich nochmal erwähnt, beziehungsweise die werden hier gezeigt. Und ihr könnt dann euch nochmal ein eigenes Bild von dem Wettbewerb an sich machen. Und ja, ich will gar nicht lange drum herum reden. Freut euch auf tolle Bilder von den Zuschauern. Und ja, Leute, viel Spaß. Und ja, Leute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020